Karma Hallihallo und Herzlich Willkommen zu diesem schönen Standbild in Traveling Terroristown Wir sind alle ins Gefängnis gekommen, weil wir zu schlechte Videos gemacht haben Vor allem Exaktion Ne, nur du Standbild in Terroristown Und, äh, ja, mit mir spielt, äh, mit mir ist der Insats noch der Reaper Die standet auch nur auf der Jojo Hallo Da ist der Mama Hallo Die Negerf ist cool, oder? Nao, die uns alle im Auge bellt Hallo Die Negerf ist cool, oder? Das Ney? Hallo Oder der Typ der Schultern, warum wir alle hier drin sind, Echse Hallo Nein, ich meine nur wenn man TTT auch nicht hört Ich weiß, ihr habt nicht geschossen Hey, ich bin nicht tot Hey, ich bin nicht tot Nao, lass uns den Weg jetzt rausfinden Ich gebe dir eine auf die Schulze, äh, Exaktion Also mit diesem Abgang der Pizza Ah, ne Frage war jetzt, ob die Negerf gut ist Sie ist nicht einverstanden Nein, mir ist ne Huge nur in Also irgendwie muss man noch da runter kommen Ne Huge nur in Anders Ne große Huge Ja, zwei Räume weiter ist nochmal so ein Gang runter. Ja, ich überleg jetzt grad, wie man hier öffnen kann. Ey, der Wagen bewegt sich. Vielleicht fährt der sogar. Hey, ist hier ein Wanwa? Was? Oh! Was geht der Wanwa? Seiwa, guck dir doch mal an. Ah, hier hat sich jemand angezündet. Snail war Snail. Naja, nicht gezündet. Na wunderbar. Ach, X hat sich wieder als Mist verkleidet. Ey, hab ich nämlich nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier runterfalle? Er ist tot. Weg, 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 weg. Ich verbrenne seine Leiche, okay, Date? Ne, bleib bei mir. Hä? Ich hab die Leiche von X verbrannt. Er war Traitor. Hier, die Feuerwaffe von ihm. Das hört sich an wie ein Furz, wenn ich hier durchgehe. Danke. Und ich hab noch, äh, ich hab noch das hier anzulassen. Wieso wurde ich umgebracht? Ich war nicht mehr. Warte mal, kommt das Geräusch, auch wenn ich nicht eine Waffe in der Hand hab? Jojo, du siehst aus wie ich. Ja, ich hab mich jetzt nicht getan. Wenn ich keine dabei habe. Das haben wir hier, Xe. Okay. Du darfst jetzt rumlaufen. Der Medetalldetektor ist kaputt. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich gucke ich da so zu und denk mir so, hm. Jo. Meinte Reaper nicht Snail ist es? Oh, Xe war ja Tee. Danke, Cyber, dass du uns gesagt hast, dass Mr. Wandward noch der Zelle ein Tee-Kollege ist. Reaper hat doch geschrien, Snail ist es. Bitte was? Ja, aber... Mein Tee-Kollege steht hier auf dem Schreibtisch. Äh, Snail stand hinter mir und... Räubor Schwandele. Ich wär vorsichtig vor dem, also... Ne, Ne, Xe hatte seine Identität genommen. Guck mal, hier ist sogar dieses Seil. Navo, bleib doch mal bei mir. Will was sein? Ich hab mich grad an einem Tee verschluckt. An einem Tee? So. Wann ist dir ein Trait in den Mund geklettert? Komm mal mit, Navo. Ja, Navo. Ja, Navo. Ja, Navo. Ja, Navo. Ja, Navo. Ja, Navo. Das ist Mr. Wandward. Ja, Navo. Wann hab ich grad gesagt, dass er tot ist. Guck, hier ist es Mr. Wandward. Da. Das ist sogar kein Seil. Reaper zieht somit der Sniper ganz heimlich. Und ich hab nicht meine Waffe, warum mach ich meine Waffe. Wie soll man da runterkommen? Keine Ahnung. Ich will da runter. Okay, okay. Wer tut Soda in eine Teefkultur? Reaper, warte kurz. Nicht alleine laufen. Feil. Lass uns gemeinsam Mr. Wandward killen. Ich, ich frag mich weiter, okay? Was geht ab, Reaper? Ich mach's, weil es dann schön kalt ist. So, wer ist jetzt der Echte? Das ist jetzt nicht Navo. Das ist ein Jojo. 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 Das geht ja gar nicht. Das hier? Das hier? Was auf dich zusprengt? Na, da ist da hinten ein Jojo. Aaaaah. Hä bitte, was? Zwei Police Officer auf einmal. Nö. Nö, nicht mit mir. Nö, nicht mit mir. Cyber, du suchst jetzt, wann war und... Wow! Traitorfalle! Traitorfalle! Cyber... Und wann war? Damit bin ich einverstanden. Ach, Cyber ist da hinten. Cyberbot ist der Traitor. Okay, dann erschieß ich den mal. Wir sollen uns ja eh duelieren. Habe ich vom... Nein! Sag mal Jojo, wieso hast du mich gekehlt? Alter! Weil du weggerannt bist. Und ich habe gedacht, dass es Snae ist, der da wegrennt, weil Reaper Snae geschrien hat. Wenn du keinen Namen siehst! Hä? 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 Hä, wo warst du denn überhaupt? Aber Axe, ich habe auch noch gerufen, dass das Axe ist. Nicht geil! Wer hat denn da reingelaufen in die Dusche? Also ich habe Snae in die Identität gekauft, obwohl ich eigentlich Navos nehmen wollte, und habe dann mit der Flare Gun irgendwen angezündet. Hey, wer ist denn eigentlich in die Pfanne reingelaufen? Weil ich jetzt Snae verkleidet war. Und dann mache ich Julio alles kaputt, weil er nicht auf Snae schießt, sondern auf mich. Ja, ich habe blind mit видео auf làn Schatz, da wegg家 Kanuern. Und jetzt hab ich schon verdrumpelt, weil du geschossen hast. Weil Snaele gesagt hat, ja, Axe hat meine Identität. Laufمن eigentlich immer ein für einen Turm da hoch? Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööblä… Äaba ich habe ja gesehen, dass Snae das nicht gewesen sein konnte, weil er neben mir stand. Ich finde hier viel andere Zockenspots, also… Ja, aber das licht nicht automatisch. So als äh, Ober-geviiter, disable jetzt den Cyber ward. Warum?! Das ist eine gute erste Amtstar. Du bist Theta? Was sagen sie zu? Wer hat dir alle ab Theta zu sein, Alter? Was sagen sie zu ihrer Verteidigung? Ich hab nicht meine Waffe. What the fuck? Ich möchte bitte, dass das Ganze mit einer vernünftigen juristischen Abhandlung läuft. What the fuck? What? Julia, war das ein Einkauf? Ich hab da oben ne Plasma hochgeworfen, die ist aufs Dach gefallen und auf einmal klebte sie an der einen, der da oben stand. Ach, ich seh's jetzt. Da sind zwei gestorben. Das sind Dete gekickt. Was ist denn Christa? Ich steh mit den Askener hier. Nee, ich hab das Weiternengut von Zray. Nein, die gehört mir. Ich hab ihn umgebracht. Aber ausnahmsweise glaube ich mal, dass Julia das bestimmt nicht mit Absicht umfetzt. Ja, ich bring die Leiche weg. Ich hab gedacht, ich werf sie so aufs Dach. Ich leg die in die Dete-Leiche rein. Ich hab nicht mal gewusst, dass man soweit werfen kann damit. Und Dete-Leiche. Das macht dann Plus, Minos, und Karma. Ich hab nicht die letzte Waffe gefunden dadurch, dass ihr da oben Waffen hattet. Ja, wir sind die Spider-Mang vom Dete übrigens aufgehoben. Ich sag bloß, dass dein Kollege umgebracht. Ach, der Dete hat jetzt auch die Spider? Ah ne, nur der Dete hat Spider. Aber kannst du mir die beiden gegeben? Weil ich ihn umgebracht hab und den Traitor. Ja, und ich schmeiß, ich schmeiß den, äh, den Traitor über die Map, wenn das geht. Ja, aber warum solltest du sie dann haben, hä? Weil ich die Leiche gefunden hab. Schmeiß sie einfach hier über die Wand. Schmeiß sie über die Wand, die Spider-Mang. Äh, dann fällt sie dir runter. Nö, mach ich nicht. Deswegen ja. Wenn du mich tötest, dann bist du für alle anderen Traitor. Also, sorry, du kannst... Äh, ich werd abgeballert. Ja? Ja? Weil du sie benutzt? Also, es hat Binge-Ring gemacht. Von daher denk ich mal, dass du Inno bist. Binge... Wo ist denn der Traitor-Tester? Jeder erzählt, ich darf die Spider-Mang dann haben. Das ist nicht dein Eigentum. Aber auch nicht deins. Ist das ganze Ding nicht im Knast? Wo man das hinbringen konnte? Also, ich mein nur, ich hab den Kompromiss vorgeschlagen, über die Wand zu schmeißen, dass wir keiner mehr haben. Ja, dann geht das vor, um die Leiche zuerst. Ich finde, der ist der Besitzer. Hey, hier ist noch ein Walk-It-Out. Das kann man auch mitnehmen. Ich hab nur keine Ahnung, wo man das hinbringen muss. Ja, böse Tür. Böse Tür. Okay, alles ruhig. Ja, das ist die Konzentration. Wo ist jetzt der Traitor, genau? In welchem Gebäude? Im Knast! Das ganze Ding ist doch im Knast. Ich weiß, welches Gebäude der Knast ist. Im Knast? Hallo? Da, wo die ganzen Zellen sind? Ach, ja, 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 ja. Man muss durch die Gebäude durch. Ja. Ne, hier sind auch Zellen. Ist aber nicht der Knast. Jetzt ist die Küche nämlich drin. Und bei Navo. Wo ist der Traitor? Wo ist der Traitor? Bartek muss nicht da lang. Ja, vor Exo sollte man vorsichtig sein. Ja, ich hab die Traitor. Vanva will sich nicht testen lassen. Ich weiß ja nicht mal, wo dieser Tester ist. Du bist doch grad hier hoch gerammt. Kein Schwein weiß, wo die Dich das ist. Ach, da. Hallo, Vanva. Nicht schießen. Wo jetzt? Hier. Ach, ist da in diesem Haus der Tester. Wo ist der? Ich denk, Vanva ist. Hier drin. Hä, what the fuck? Wo seid ihr? Ich setz mich rein. Da ist ne Taube. Wann war es es? Ja. Ach, verdammt. Hat nicht mehr geklappt. Ah, Vanva. Du hast mich nicht mehr gekillt. Jojo. Ich war im Traitor. Jojo. Ich könnte dich jetzt grad umbringen. Naja, das Ding hat ne Range, ne? Ich hab das Ding aufs Dach geworfen und auf einmal klebt es am Rücken des Detes. Naja, ich kann nicht mit allem rechnen. Floppa plus Taube. Guck mal, du musst dir verstehen. Ja, das Ding war ja... Ich glaub ich wurde sogar von Riefen erschossen. Es fliegt aufs Dach und auf einmal, innerhalb von einer Sekunde klebt es am Rücken des Detes. Sie hat seinen Kopf geklebt. Taube, verrückt dich, du wärst oder so gestorben. Ne, Vanva, du hast dich selbst geklappt. Ja, hab ich okay. Ja, das war ja krass, dass er sich selbst geklappt hat. Naja, das hätte auch ein Cyberbot sein können, dass da in der Kamera war das echt... Also wäre ich nicht gestorben. ...weiner zeitgleich. So wird trotzdem leiser kam. Das ist mega geil. Ey, Taube nicht mehr explodiert. Das ist ganz einfach. Ne, die Taube war ja schon auf dem Weg. Alter. Ne. Aber die Taube hat auch zu fliegen, wenn man schläft. Was soll denn? Joja. Was war das denn jetzt? Snape. Vanva wurde getötet. Snape. Joja. Ich war auf dem Weg Richtung Traitor-Tester. Ja, ich könnte Snape dafür umbringen, weil ich mich immer gar nicht verdächtig hatte. Ah, jemand hat meine Identität. Ja, toll. Ja, das steht es. Vanva ist tot. Dann ist extra frei zum Abschuss. Punkt. Punkt. Nein! Nein! Wir haben uns später gestorben. Snape! 2D-Fallo. Oh Mann. Headshot mit der Pistole. Ach Mann, ich hatte nur ne Diegel dabei grad. Und ich konnte nicht widerstehen dem DDD-NCT zu klauen. Du musst sie doch nicht direkt benutzen. Du musst das Sneaky machen und die später nutzen. Ja! Ja und deswegen ja, man muss sie ja nicht extra benutzen. Ja, du hast es ja erst gemerkt, als ich umgedreht warst. Davor hast du es nicht gesehen. Hätte ich nicht mehr umgedreht, hättest du nichts gemerkt. Ach ja. Ich wollte sie ja nicht direkt anlegen. Das Problem ist, ich komme automatisch immer auf den Knopf. Wie hat man mich denn jetzt eigentlich gerade umgebracht? Du warst einfach tot. Du warst einfach tot. Ich glaube nämlich auch. Ich war einfach plötzlich tot. Ich glaube, ich bin an einem akuten Herzinfarkt gestorben. Leute, ich bin eine Dette. Ein Dette? Oh nee, bitte. Ihr könnt euch alle umbringen. Ich bin eine Dette und ich werde Dette Sache machen. Der Dette muss sterben. Oh Mann, das war ne Scheiß. Solange du hier kein Vergewalt ist im Knast. Lass mal doch die Seife fallen. Äh, nein. Ich habe Mordlust als Inno. Das ist scheiße. Kille den Dette. Boah, ist Mordlust nicht so in diesem Buch? Das ist total scheiße, wenn du nicht nur mit Inno bist. Ja, ich sage mal umbringen, ob ich nur mit Inno bin. Kennt ihr das Gefühl? Ihr seid Inno und wollt unbedingt nirgendwen töten. Ja, aber ich habe jetzt gerade Cyberbots Kamerinnen ausgesucht. Ja, es ist übrigens schon jemanden tot hier. Hört mich verarscht, man brennt dich extra selbst. So, ich versuche mal was? Ja, er hat sich selbst... Ich glaube, ich werde ster... Da, Genie, Mensch. Wann erlebst du noch? Ja, ich habe gerade versucht, hier aus dem Tor rauszugehen, während das Auto da durchfährt. Das geht nicht. Ja, habe ich dann auch gemerkt. Seine Leiche mag dir um überleben immer wieder. Oh! Silent Sniper! Silent Sniper! Ja, aber ziemlich komisches Ding hier. Silent Sniper! Und es könnte Reaper gewesen sein. Ich kam gerade da raus! Wie soll ich denn auf die Schie... Wie siehst du? Schon wieder Silent Sniper! Ich glaube, das ist Navo, die in dem Ding da drin sitzt. Wo sitzt sie? In Lüftungsschacht. Ja, ich bin im Lüftungsschacht. Wo ist Navo? Im Lüftungsschacht! Okay, dann war es 100 pro Navo. Das war die perfekte Position. Es kam nämlich aus der Richtung hier. Verstehst du eigentlich Deutsch? Gibt es denn Beweise dafür? Das war 100 pro Navo dann. Wenn die wirklich sich so dort versteckt. Ich glaube, da drüben... Ja, aber wenn sie sich versteckt, dann hätte sie das Verstreck ja nicht veröffentlicht. Nee, das ist ihre Schuld. Der hat dich selbst verbrannt. Das war ihre Schuld. Der hat dich selbst verbrannt. Nee, gehen sie weg. Das war 100% so. Der Sniper! Der Sniper! Verlassen sie diesen Wachbind! Geh jetzt rein! Wenn ich da bist... Sie sind ein Gefangenes! Ich bin der Aufsehende hier! Echt Scheiße! Na Voka? Das war scheiße! Ja. Hast du gerade die Falle ausgelöst? Weil du dachtest, ich würde weiter geradeaus gehen. Ja. Geh doch weg da! Ich würde Navoka auch unter Suspect stellen. Unter Suspect nur? Ja, weißt du das nicht verdächtigen? Ja, aber ich glaube eigentlich, ich bin schon da drüber hinaus. Nee, nicht für mich. Achso. Das ist die Blödsinn. Oh scheiße, hier ist irgendwo so eine Melone, glaube ich. Ja, ich mag Melonen. Weißt du? Ich musste gerade irgendwie falsch denken. Ich auch! Ich denke immer falsch! Ach, Cyberboard. Sei still, Snape. Du bist tot. Uh! Oh! Oh, das ist ja Reaper! Darf ich dich mal anschießen? Mit der Glocke? Warte, 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 warte. Ich habe irgendwie... Ist es ein D-Tip-Befehl? Ja, ich bin der D-Tip-Man. Ja, ich bin der D-Tip-Man. Ich habe mich gar gehört, das kann man nicht gemacht. Ich habe mich gar gehört, das kann man nicht gemacht. Ich habe einen Angemacht. Ja, Alter! Siehst du auch, hier drüben bin ich. Geh dich nicht, ich warte mal ganz kurz. Aber irgendwo ist hier eine Bombe in den C4 oder so, glaube ich. Ja, ich warte auch nicht ganz Piepen. Piep, 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 piep. Ähm, Reaper, wo bist du? Weg! Wenn ich mich eigentlich an meinem Tee verschlucke, ne? Und dadurch sterbe, hat mich dann eigentlich eine Tee umgebracht? Ja. Und verschluck sie nicht da dran? Das kann man doch rein machen. Ich bin in der Waschküche. Ja, ne, komm, wenn du waschst, wenn du eine Blute ablust, man. Du bist der Tee, nicht ich. Du bist nicht in der Waschküche, ich bin in der Waschküche. Ich bin doch hier, siehst du? Hallo. Aha, gut. Äh, ja, Weepern ist, äh, das ist jetzt irgendwie... Ich hab die schlechtere Waffe. Boah, ist gar keine Waffe. Mann, warum war... Nicht gut, Narbo. Nein, dein Ernst jetzt? Beweg dich mal. Naja. Naja, du, kein Bock. Das ist irgendwie sehr weit daneben, übrigens, der Reeper-Revalge. Das ist sehr weit nicht neben, auf meiner Position. Ding, 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 ding. Oh. Da muss er sich hochsaufe. Ja, tu sei still mal. Läufst du dann jetzt wieder rum? Ups. Ich weiß, dass alle alle tot sind. Ich weiß, dass alle alle tot sind. Warum überlebt? Warum überlebt? Du, die Taube ist abgefreit, Bravo. Ja, das ist halt das typische TTT-Symptom. Du schaffst nicht dringend auf ihn geschossen sein, aber wenn du überhaupt nicht bekommen hast, dass ich rufen habe, dass er Pappen gerießt. Mein Snail mich auch auf die Eier gegangen ist auch noch. Ach, Leutchen. Ach, Leute, auf einmal. Guckt euch doch mal meinen Kamer an. Ich muss der Snail auch noch abknallen, wenn der unbedingt denkt, der muss nerven. Aber es ist einfach so... Ich ruf ja nicht nur einmal, sondern zehnmal Reeper. Wir haben einfach nicht zugehört. Egal. So, ich habe Reeper jetzt doppelt getötet. Oh man, ich bin übrigens jetzt bei Snail. Ich bin detective. Warte, Snail, schmeiß mir mal kurz das hin. Gib mir mal einen Doppelgänger. Ja, warte. Also ich würde sagen, der Richtige hat das Kamer verloren. Ja. Da ist jemand getötet worden. Okay, gut, gut, gut. Ah! Okay. Du hast zwei Innos rumgelegt, also. Ja, Junge, du bist reingelaufen in die Inti. Sie hat denen niemand befohlen. Ich war einfach dafür da, dass ihr nicht zugehört habt. Jojo, nein. Du hast ihn umgebracht, oder nicht? Nein, gleich nicht. Als ob ich dir das jetzt glauben würde, Navo. Ey, das ist doch eine gute Idee, mal etwas zu holen. Hier, ähm. Ja. Kommt mal alle raus. Obwohl, ne. Ähm, habt ihr mich jetzt gecallt? Hier fehlt irgendwo hin. Ja, warte. Riefer war eh nur. Ah. Wow, da blitzt was. Äh, ja. Nicht auf das Kabel, nicht auf das Kabel. Ja, da oben. Und die ist wo? Ich hab noch gar nichts gemacht. Ich hab ne SG. Er hat geschossen. Wer ist es? Ich hab ne SG, alter. Er hat auf denjenigen in nem Turm geballert. Ja, ich hab ne SG. Das wer hat auf mich geschossen. Das war Snae. Warte. Wir machen jetzt mal was. Wann war? Snae hat sich geschossen. Wo denn? Ach da. Der liegt da. Wann war ist Inno? Cool. Kannst du ihn wiederbeleben? Jojo und Cyberbot sind's. Wieso? Ich bin doch nicht... Ihr seid ja beide als einzig getestet. Äh, das ist, das ist auch logisch, wenn du überlegst, wer noch lebt. Jojo und Cyberbot sind. Ihr seid als einzig. Ist der nicht getestet? Naabo ist tot. Wann war ist Proof Nino? Deswegen sind wir es, oder wie? Ja, eindeutig. Und deswegen bist du fast gestorben bei mir, weil... Das ist... Hey, das ist Axis-Logic Creeper. Das ist Axis-Logic Creeper. Das ist Axis-Logic Creeper. Das ist Axis-Logic Creeper. Ich bin also jetzt Creeper. Okay. Wann war töte die beiden, wenn du sie siehst? Ja, wann war bist du tot? Ja, wow. Der lag auf einmal hier. Den hab ich nicht mal umgebracht. Wow. Ich habe den wirklich nicht umgelegt. Hast du den umgelegt, Cyberbot? Nö. Da drin ist einer übrigens. Ok, das geschafft hat. Kriegst du mal Dimage. An die Melone sieht und Zufall auf den Boden gucken. Ah so, ja gut. Wow. Das war nicht nur mehr Traitor jetzt. Da hat man Friendship. Ja, ja. Hättest du mich wieder möglichen. Ich hätte sie direkt bei den Traitor geachtet. Ich hatte keine Punkte. Woher soll ich den King? Ihr habt schon Portable Tester geholt. Und Snape Ballert erstmal schön auf den Turm. Ja, deswegen hab ich's ja gesagt. Ja, ja, nachdem Narvo geprooft war, war das auch wirklich. Weil das war ja, wer hat noch gelegt, ne? Cyberbot, warum hast du, äh, nicht Cyberbot, sondern Snape, warum hast du auf ihn geschossen? Ich hab das Ding aktiviert. Bist du unn... Snape, das ist so unnütz, wenn du das so machst. Man, jetzt sind ja alle in dem Hause... Du hast T, also... Ja, aber das ist meine Farme. Nächste Runde, die nächste. Das ist meine Farme. Jetzt ist für den Snape im Verfolgungsmodus, schön. Da kommt man nicht hoch, Narvo. Na, Narvo, wolltest du grad in deinen Traitor-Turm? Da kommt man nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Ach, guck mal, Weeper als DT. Geh da nicht hoch, wenn da jemand stirbt. Snape bedroht sich mit einem Fass. Nein, nein. Das ist jetzt hier. Ja, Snape macht gerade einen... Das ist der Snape, Alter. Eine aggressive Reaktion. Ich hab irgendwie einen Fleck auf dem Bildschirm. Ah, nein, ich bin tot. Du hast da so ein bisschen Blut am Arsch. Ja, da kommen die Tage aus den Falschen noch. Okay, weißt du das. Snape, nein, 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 nein. Snape, nicht mit explosiven Fässern verfolgen, das ist scheiße. Das war ein kleiner Spaß. Warum ist sie tot? Das war nur ein Spaß. Du musst mich nicht umbringen, deswegen. Ja, okay, bring mich um und mach der Kamera runter. Hau ab, Alter. Geh mal irgendwas machen, außer mich zu verfolgen. Okay, zwei Enos. Alter. Zwei Enos. Kannst du hast einen Portable Tester geholt, Reaper. Nein. Wie schießt jemand? Ja, ich hab Fässer entschärft. Keine Sorge. Ah, okay. In der Lager alle. Ah, die haben auch Fässer hier drin? Ja, in der Lager alle. Gibt's auch welche. Wow, scheiße. Da waren noch Fässer. Ja, da waren noch Fässer. Ja. Ich bin aber ausgegangen, da sind alle hochgegangen. Ne, ne. Da muss man zweimal schießen. Wir müssen alle anderen töten. Das ist das Problem jetzt. Ja, wir wissen ja nicht, wer jetzt Enos ist. Es gibt zwei Enos und zwei Traitor. Okay. Ja, ich weiß aber, die Enos können aber auch gegenseitig aufeinander schießen. Nein! Nicht einmal anst du. Ich weiß ja jetzt nicht, wer von den... Ob da hüpft Enos noch bei den anderen dabei ist. Das ist wirklich scheiße. Wer schießt denn jetzt auf dich? Hä? Sarobot ist tot. Alter. Ich hab mich noch geschossen. Ich weiß jetzt nicht, wo... Wer es ist! Gott! Ich bin aus dem Jenseits, Wanderer hinterlässt Taubenspuren. Manchmal bleibt eine fliegende Taube in der Luft stehen. Wanderer kackt auf dem Boden. Wanderer. Weißt du was ich glaube? Dass ich irgendwie gleich überfahren werde oder so. Nein, bei der Intelligenz einer Taube kein Wunder. Pssst. Alter, gleich ist meine Maus durchgedrückt. Komm schon. Weeper, was hast du heute so gemacht? Ich bin schon durch die Gegend geflogen, wie deine Tauben. Achso. Ja, aber wieso gehst du denn davon aus, dass ich Tauben nutze also? Du bist der letzte überlebende Arana zu Trotz. Ach Quatsch. Ich habe jemanden wiederbelebt und der nutzt Tauben. Ja. Nicht? Ach schade. Ich glaube nicht, dass da so ein Träger ist. Warte mal. Aha. Da. Oh, von der. Oh, nice. Also die Aktion war überhaupt. Im Flug. Oh mein Gott, das war nice, Mann. Verstehst du? Der Moment, wo ihr reinkommt, und ich nur verdammte Pistel habe. Ich habe das nicht geküllt. Aber Mann, ich konnte manchmal auch nicht mehr schünen. Ich hatte nur 50 damage, nachdem die Fässer, nachdem da noch ein paar Abbräder waren. Wann wir sammeln keine Waffen ein? Verdammt! Ich hätte sogar einen PC von Predator Gibt das nicht so Acer Predator aus? Ja das ist ja von Acer Achso Aber die haben jetzt auch noch ihr eigenes Logo Wo kommt ihr hier für die ganze scheiße Geld oder was? Ich gewinne was Ich hab mir das heute auf Ich hab mir das auf den Arm Er sollt ihr airbrushen lassen Und ähm Da können sie können Mit so'n Herz ne? Ich liebe Predator Darf ich auch was? Ich auch Ah bei der nicht So Wir gucken jetzt Fernsehen Wir gucken Fernsehen wo ist denn hier Achso da hinten Was läuft da? Ich dachte gerade schon für ne kurzen Moment Snail wäre Navo oder andersrum Snail wäre Navo oder andersrum Ja weil Ist denn hier ein Fernseher? In der Hand ich wollte Navo Was läuft denn da? Wieder Ach da läuft immer dasselbe Archangel Forecast Archangel Forecast Ist das eine wunderschöne Fernsehsendung Warum zählen sie so auf die Leute Weil ich mein Tee trinke Leider leider Äh was für'n Tee? Ähm Kirsche Vanille Und was passiert bei euch? Ja Was passiert bei euch Reaper? Ähm Ich könnte mich jetzt damit suchen Was? Ich könnte mich jetzt damit suchen dass ich mich getötet habe aber hab ich nicht Ähm 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 äh Es gibt Es gibt Es gibt Nein Das war richtig Random Snail Aber Axe hatte bei mir den Ähm äh Ey ich hatte den D-Skin was? Du hattest den D-Skin ja Ach man ich hab sie angelegt und dann wieder abgelegt Ich hab's außerdem wieder angelegt und dann abgelehnt Das kann doch nicht sein dass ein D-Skin dann bleibt Vielleicht teilen aber nein es bringt dich um Ha 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 Ich konnte dich eh nicht wiederbeleben ich hatte keine Ich hatte keine Damit hattest du dich erst lagen Das First Aid Kit bringt einen um Okay Es hilft einem einfach nicht es bringt einen um Aber es steht da nicht auf Explode? Das ist ein Gegenteil First Aid Das ist das Last Aid Kit Das ist das Last Aid Kit Ja das ist dein Last Kit Ich ring das so auf The Last Kit Das ist halt nicht die Identität vom D-Skin Das kann doch nicht wahr sein Habe ich dafür... Ja ich hab dafür ein Button Ja genau Aber der D-Skin seine Hand hat Nein 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 Wow Witzig Ich musste das auch mal wieder runterladen Wenn es Sound war Mann Aber ich hatte da eher so viel Manchmal buggt der Doppelgänger aber auch übel zu rum Man nimmt die Identität und ohne Rechtsklick zu drücken Passiert da irgendwas Nae ist fast tot Was war ich schon wieder? Der hat auf mich geschaffen Ich seh Nein Mit Detis ist der wirklich manchmal teilweise buggy Ja Snay hatte eins in der Hand aber da muss ja jemand drauf geschossen haben Er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben Er kann ja nicht gleichzeitig eins in der Hand haben Nee das ist wieder Kawashima Ich salve aber jetzt K.O.S. Nein hör mal zu jetzt ganz kurz Exe Ich wollte auf den Turm Ich glaub dann muss ich den USB nehmen Ähm Ich war auf den Turm Wollte wieder runter Er kommt mit dem Fass hoch Ich sage er soll weggehen Er geht weg Und dann hat er rumgeballert Oh mein Gott Er kann noch nicht rumgeballern und gleichs Oh ich älter Keine Er hat das Fass so lange Das warst du Ich hab du gesehen dass eins in der Hand hatte Ja ist beim Hochklettern hat er das Fass in der Hand Da hab ich gesagt Ich hab doch gesehen dass er eins in der Hand hatte Er hat die auch eins in der Hand danach hat er das Fass in der Hand Er hat die auch eins in der Hand danach hat er das Fall gelassen Was verstehst du gerade? Er hat die auch eine Hand zu tun Er hat die auch eine Hand zu tun Oh mein Gott Jetzt So lächer dich im Kindergarten Ist Cyberball jetzt K.O.S. oder nicht? Nein Wie unfähig muss man eigentlich Nein Schade ich kann mich nicht selbst testen Schade ich kann mich nicht selbst testen Schau da Ok hast du ihn runtergeschubst Ich war schon lange vor ihm hier unten Oh geiler Geiler Ich hab mich da hier unten nicht gesehen Lass mich hier Mein Gott Ich war vor ihm hier unten aber du Du warst überhaupt nicht vor mir hier unten Ich hab Cyberball aber vor Ich war vor Snail hier unten Ich hab gesagt ich war vor ihm hier unten Bist du Snail Ja Oh mein Gott Bin ich So jetzt kommt die CSGO-Plays Man wirft erst aus den Vents einen Smoke Und soweit der Smoke aufgeht geht man runter Und überblickt den Raum Cyberboard Also ich bin aber eher für eine Double Flash Nein du Ja Flash geht auch aber wenn du noch eine Smoke hast Ah was Ja Smoke sehe ich nie als Vorteil weil ich dann selbst nix sehe Nein ich smoke immer ab und vor Also den so sozusagen vorzuspielen dass ich da jetzt komme Und dann gehe ich zurück Ah Das ist ganz tricky Weißt du Ja weil die kommen dann meistens Da kommt dann meistens so der Call bei den Teammates Das kann doch nicht wahr sein oder Snail Da rennen die da alle hin und dann Deswegen flash ich hier und smoke ich auch permanent raus auf A lang bei DAS Da gibt es mal keiner Oh danke Snail Hm Mano So wer ist jetzt eigentlich confirm Traitor Leute Haben wir nicht irgendwie schon so ein Call von irgendjemandem? Keine Ahnung Ja Äh hier ist ne unentifizierte Leiche Ja Am Eingang vom Gefäng... So Also ich bin für Cyberbot Warum bist du für mich? Cyberbot ist KOS Warum bist du immer für mich? Befehl vom Dete Befehl vom Dete Dein Detebefehl kannst du immer sonst so hinschmieren Digga Detebefehl hätte ich auch so schon ausgeführt Jojo also von daher Ey was ist denn der Detebefehl? Töte Cyberbot Ah ok Der ist auf dem Turm oben Der Turm ist gut Glaub ich Der geht grad runter Das ist ein Nabokar Ja Ja Ich hab nur gesagt dass du da bist Tot ich hab nen Credit bekommen Und der ist explodiert Gut dann fehlt jetzt nur noch ein Nabokar Mein Charakter ist schon wieder am Stöhnen Eigentlich könnten wir uns beide duellieren Ja Aber ihr darfst Du bräuchte ich eine bessere Waffe Oh hier ist sogar noch ein Silent Sniper von ihm gekommen Also Jetzt ist halt die Frage was Was hau ich weg dafür Ich glaub ich hab nichts was ich weghauen könnte Warte dürfen Nabokar und ich uns dolieren oder uns töten wenn wir uns nicht sehen? Ähm Du solltest dem anderen schon eine Chance geben sich zu wehren Ok Schade Aber Ripper lebt auch noch Genauso sollte der Gegenüber dir auch eine Chance dafür geben Ne dafür bin ich nicht Ich bin nur dafür dass man mir ne Chance gibt Und was ist mit Draper? Naja Das Ist äh Hallo? Ja Nabokar komm Der ist hier auch grad gewesen Kann ich ihn von hier aus sehen? Überleg dir Hier Ne ne Kann ich ihn von hier aus irgendwie sehen? Nein Aber er ist auch schon wieder abgehauen also Ah Ja wir können auch kein Triage Duell machen Was dann ja auch kein Duell mehr wäre Sondern ein Trial Was ist so Was labest du? Was labest du? Ja ich weiß das auch gerade nicht Ich hab zu viel Hey Also doch nach wo? Auf dem Parkplatz Äh bei Auf dem Parkplatz Das ist ja echt nicht so Friendly Ah nein Komm schon Von Wutzer Alter also von oben Okay Hat sie schon erledigt Da ruft Ja Oh man Hast du Reaper umgebracht? Vielleicht Weißt du vielleicht Eventuell Das wäre möglich Hast du ihn umgelegt oder nicht? Ja wie ist er sonst gestorben? Weiß ich doch nicht Vielleicht war er einfach zu nett zu dir Nein Gut gemacht Achts Schön Da ruf ich Cyberbond Abonnier Wobei Cyberbond wird auch erschossen Pssst Tschüss 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 Tschüss